Ich denke, wir haben allgemein eine sehr gute Teamleistung gezeigt. Wir haben alle gemeinsam zu fünf nach vorne gearbeitet, genauso wie nach hinten. Und ich denke einfach, dass wenn wir die nächsten Partien genauso weiterspielen, alle fünf auf dem Eis zusammen, dann sollte es uns eigentlich auch nicht schwerfallen, Punkte zu holen. Ja, das ist natürlich ein grandioses Gefühl. Deswegen spielt jeder Eishockey, jeder will gewinnen. Und das macht einfach viel mehr Spaß. Ja, ich weiß natürlich, dass bei Roy Krimetscher so ein bisschen Derby-Charakter hat es hier. Aber für mich persönlich spüren wir jedes andere und das wollen wir gewinnen und dafür geben wir alles. So wie letztes Wochenende einfach wieder alle fünf hinten gut stehen, genauso nach vorne, unsere Chancen gut verwerten und dann hoffen wir, dass wir die drei Punkte einfahren. Ja. 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 Ja.